Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe, einer neuen historischen Krimi-Reihe. Ich fand es gar nicht so sehr als Krimi, mehr als biografischer Roman, der ein bisschen spannend ist, aber gut, natürlich ein leichter Krimi-Effekt oder, wenn man möchte, kann man den Schwerpunkt natürlich auch da hinlegen. So, bevor wir jetzt aber anfangen, ihr wisst es, hier irgendwo steht Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil ich euch jetzt Bücher vorstelle und das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Und ihr findet in der Infobox ganz viele Links, die auch zu Amazon führen. Und wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir Prozente, weil wir im Partnerprogramm sind. Das Buch, das ich euch jetzt vorstellen werde, habe ich als E-Book zur Verfügung gestellt bekommen vom Verlag und ich durfte das E-Book auch behalten. So, jetzt kommen wir zu Claire Clermont. Und diese Frau, falls ihr sie nicht kennt, war die Stiefschwester von, oder Halbschwester von Mary Shelley. Und Mary Shelley ist euch ja sicherlich ein Begriff. Sie war ja die Autorin von Frankenstein. Ja, und wir befinden uns halt im Jahr 1873 und Claire Clermont ist alt geworden. Sie kann nicht mehr so gut laufen. Sie ist auch ziemlich arm. Sie lebt mit einer Nichte und mit deren Kind zusammen. Ja, und die Geldnot drückt ein wenig. Da kommt ein Angebot von William Michael Rossetti, der sich für die Briefe von Lord Byron und Percy Shelley, die an sie gerichtet waren, interessiert und der möchte sie ihr gerne abkaufen. Das bringt diese ältere Frau jetzt wieder in die Lage, dass sie in die Vergangenheit zurückreisen muss. Gedanklich natürlich, anders geht es ja nicht. Also Zeitmaschine wurde nicht mitgeliefert. Und das ist etwas, womit sie sich eigentlich gar nicht so gerne konfrontiert. Es ist halt der Sommer 1816, das Jahr, in dem es keinen Sommer gab. Man trifft sich am Genfer See. Dort ist Mary Shelley und Claire Clermont, Percy Shelley, die beiden leben, also Mary Shelley und Percy Shelley leben noch in wilder Ehe. Er ist ja noch verheiratet am Genfer See. Und Lord Byron kommt auch dazu. Mit ihm Dr. Polidori. Dr. Polidori war sein Leibarzt und der Erfinder des ersten Vampir-Romans, genannt Der Vampir. Ja, das wurde alles in dieser Zeit am Genfer See verzapft. Ja, Claire Clermont hatte eine besondere Beziehung zu Lord Byron, denn die beiden hatten ein Kind zusammen. Und dieses Kind ist nur fünf oder sechs Jahre alt geworden. Es war in einem Kloster und hat dort, glaube ich, die Grippe bekommen und ist gestorben. Das ist also auch ein wichtiger Handlungsstrang, der dabei verfolgt wird. Ja, das Ganze ist natürlich ein bisschen düsterer angelegt, obwohl Italien, ja, bloß eben, wie gesagt, kein Sommer, weil es gab da ja diesen Vulkanausbruch. Und darum gab es halt in Europa eher winterliche oder herbstliche Wetter als einen richtigen Sommer. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht wirklich als Krimi verstanden. Ich fand es ein bisschen eher biografisch angelegt. Und da habe ich halt mal ein Problem. Die Autorin hat es für meine Begriffe halt versäumt, zum Schluss zu sagen, okay, das war jetzt wirklich reine Fiktion, das war, ist wirklich passiert. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade. Also bin ich da nicht ganz so zufrieden mit. Das vermasselt mir auch meistens so ein bisschen die historischen Romane, wenn ich dann nicht weiß, okay, da wurde sich jetzt was zurecht geflunkert. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das Ende alles so wirklich so gewesen ist. Kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Aber gut, sie hat es halt nicht aufgeklärt, was ich wirklich schade finde. Ja, und was mich auch sehr gestört hat, der Erzählfluss wird unterbrochen. Einmal durch Auszüge aus einem Modejournal oder Klatschjournal, wo halt berichtet wird über Lord Byron und wer sich da alles getroffen hat. Und das andere ist aus einem Logbuch von einem Captain Parker, der so für mich keinerlei Bezug zu der Geschichte hatte, der halt von diesem Vulkanausbruch berichtet hat. Mich hat es einfach gestört. Es hat mich jedes Mal wieder aus dieser Sache rausgezogen. Das mit dem Klatschjournal war ja noch okay. Aber das fand ich, passte überhaupt nicht rein. Also ihr seht, ich muss sagen, von der Idee her fand ich das ganz interessant. Lord Byron, Polidori, Shelley, alles hochinteressant. Aber wie gesagt, ich fand es schade, dass ich nicht weiß, was da wirklich Fiktion war, was war wirklich oder ist wirklich historisch belegt. Ist das jetzt einfach nur wirklich aus den Fingern gesaugt und man hat diese Namen als Zugpferde dazu genommen? Oder gibt es da jetzt außerhalb des Frankenstein und natürlich der Vampir zu der Zeit entstanden sind? Ich weiß auch, dass es dieses uneheliche Kind gab, Allegra, aber alles andere, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe euch noch ähnliche Bücher mitgebracht, falls ihr gerne diese historischen Romane lest, die sich um echte, realhistorische Persönlichkeiten halt ranken. Und das eine ist Die Morde von Kensington. Das habe ich euch aber auch schon ausführlich vorgestellt. Da geht es ja um den jungen Charles Dickens, der seine spätere Frau halt da auch gerade zu der Zeit kennenlernt. Er ist noch ein junger Journalist. Er hat endlich eine Anstellung bei einer Zeitung gefunden. Und ja, er ist bei einer Abendeinladung und in der Nachbarschaft stirbt ein junges Mädchen. Und er fängt halt an zu ermitteln. Und das andere ist Die verschwundene Braut. Diesmal geht es halt um die Bronte-Schwestern. Die, das ist auch so, dass die, ich weiß nicht, ob es die älteste war, jedenfalls die Bronte-Schwester, die bis zum Schluss noch da war, die anderen waren dann schon gestorben, die erzählt halt nochmal die Geschichte, wie in der Nachbarschaft auch eine junge Frau spurlos verschwunden ist. Und es muss da wirklich etwas Schreckliches passiert sein. Das ist auch eine sehr düstere Geschichte, aber ich fand, das war wirklich ganz gut gemacht. Auch dazu findet ihr schon eine ausführliche Besprechung. So, und das war es dann auch schon von mir für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.